Die Aufgabenstellung vor Beginn dieser Reise hieß, wie kann ich maximales Potenzial aus meinen kurzen Trips rausholen und ich wollte ja eine NRW-Roport-Tour machen. Jetzt bin ich in Bochum nochmal hier am Bermuda-Tribeck, Strick-Stich-Musik-Forum. In der Bochumer Summerjams sind das Shirt am 19.7. mit DJ Robin und Tim Topé. Das ist doch der, der Andy immer hört, der Tim. Ja, der Tim Topé. Und hier sind schon, muss man sagen, im Ruhrpott sehr freundliche Leute. Es ist ein sehr angenehmes Commute hier. Es sind so Kumpeltypen, die einem nicht auf den Sack gehen. Es gibt nur ganz wenige Freaks hier. Die Dichte an Achmanak-Kunsch ist hier sehr, sehr gedeckt. Hier ist so die Ecke, wo man es abgehen soll. Es gibt ein paar gerne Milzen hier im Ruhrpott. Die meisten sind nicht so nah so hoch. Und die haben auch schöne Titschen. Die sind so, checkt's aus. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier, die Polizei ist offen, ob ich jetzt Internet empfangen habe und es mal hochladen kann. Die sind so, checkt's aus, tief Applaus, Bochum, Bermuda-Tribeck.